so freunde es geht weiter hier im moment ist es so dass die folgen etwas kürzer sind als normal aber das hat im moment seine gründe und deswegen kann ich eben nicht verabschieden also beim letzten mal denn wir müssen ja hier durch so da haben wir die war fördern nämlich mal weil wir könnten was den mp aber den betäuben können wir können auch mal auch mal gucken was so ein weber zu der gut ist wie bei wie war wie war wie war da ist ein weber der hat schwächen null wellen und psychoschock ok null wellen null wellen null wellen null wellen wo wo auch wo 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 Hast du auch noch was? Nein. Warum hast du so die Beine breit? Hahaha. Äh. Äh. Okay. Äh. So, so, so. Das ist der Weber. Und einen vor dem Tyron Plasma. Könnte ruhig mal ein bisschen mehr sein. Ähm. Nichts. Ähm. Äh. 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 Was? Immer noch. Hallo. Äh. 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 Äh Verse. neue sportart menschen schmeißen wir schmeißen heute menschen warte mal wo ist denn das jetzt hier da ist auch noch was vier froth patron naja gut aber wir haben sogar die nummer genau 503 und die 0 so sobald die geschütze stehen kann ich es kaum erwarten unsere neuen freunde zu begrüßen was für ein ding ja ja so und jetzt wieder zurück oder wie um hmm system alarm reparatur bedarf bitte kontaktieren sie einen techniker schief und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 System Alarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Moment Wer bist du? Hast du noch was? Oh ja Ach, da waren wir kein Platz mehr Moment Verlässlich Durchsuchen Sie den Bereich noch Der Schmuggler will die Schmugglerware angeblich beim nächsten Zyklus von Bord schaffen Wenn Sie mir einen dieser schicken Helme aus der Psychotronik besorgen könnten, würde das die Dinge beschleunigen Nicht lustig Tut mir leid Durchsuchen Sie den Bereich nochmal und erstatten Sie Bericht Elisa, Ende Ja Ach Leute So So Und dann müssen wir jetzt mal gucken, bis hier weiter geht Gut Gut Dann sehen wir uns drin wieder im Frachtraum Bis dann Und Bye Bye Bye